Hi Leute, schön dass ihr wieder dabei seid und seid ganz ganz grüßlich geherzt hier im allerersten teil meines Euro Truck Simulator 2018 let's play Ja ich habe jetzt so meine erste fuche die ich hier weg fahren muss und ich falls los ne So ich habe hinten dran irgend so ein gerampel und irgendwer braucht das zeug Und ja Moment Muss mir zu so ein bisschen zurechtfinden hier ja und los geht's Ich muss jetzt von nürnberg nach erfurt und der dauert ein bisschen Naja es geht ich habe noch genau 100 und einen kilometer das schaffen wir vielleicht Ja bis jetzt läuft ich fahr zu schnell sich gerade eben Ich darf hier irgendwie nur wie schnell darf ich ihn fahren hier überhaupt 60 uho Ja ist ja gut jetzt So naja gut dann fahre ich immer so ein bisschen weiter Oh nein jetzt kommt ne kurve Aber läuft ne gut So jetzt die nächste und schon wieder eine kurve lauter kurve Und jetzt fahr' ich so ein bisschen im Gegenblick ja Ne das soll man nicht machen Hier im Spiel ist es fast egal Aber in Wirklichkeit ist natürlich das keine gute Sache So jetzt fahr' ich irgendwie so ein bisschen glaube ich auf die Autobahn Halt, 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 Halt das war jetzt irgendwie zu schnell Schon so ein bisschen heikel hier Aber ich schaff' das vielleicht Ach 73 Kilometer das haben wir gleich oder bald Oh nein Dann noch ein Grummigfahrer Jaa könnte klappen Was? Ich hab einen Unfall verursacht? Stimmt doch gar nicht! Oder doch Mann jetzt hat er mir noch Cash abgezogen hier es ist total übel man warum muss ich eigentlich für unfälle bezahlen das gibt es doch nicht wofür gibt es eine frachtversicherung hallo komisch aber egal ich muss dadurch oder weiter hahaha so der fort ich komme vielleicht wo ich gucke gerade eben auf dem tacho hier von von brummi und da steht der wagen hat schon 403.000 Kilometer. Coole Sache, aber er läuft und läuft, ne? Ja, aber nochmal, so ein LKW hält doch viel mehr aus, ne? Also so Millionen, Millionen dürfte auch ein weiteres Trend sein, ne? Also ich denke schon. So, Nordhausen ist gesperrt. Gut, da muss ich sowieso nicht hin, von daher ist mir das relativ rülle. Aber ich muss hier hin. Erfurt Zentrum, genau. Hey, David Square. Nein, nicht schon wieder ein Auto. Wenn nicht, wollen Autos in mich hineinfahren. Das gibt's doch nicht. Könnt ihr mich nicht rauslassen hier? Ja. Oh nein! Meine Jutta. Erster Aufenthalt in Erfurt, gut. So, dann werden wir mal stehen. So, was ist jetzt? Komm, wird's heute noch grün? Ah ja, da vorne ist er schon. Irgendwie. So. Ja, cool. Wie kann ich einen Blinker setzen? Also hier auf dem Gamepad funktioniert das irgendwie nicht mit Blinken. Ja, läuft's ganz gut. Oh nein! Meine Freunde sind da. Jetzt muss ich aufpassen. Oh nein! 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 äh, sagt mal, warum blinkt jetzt bei mir hier im Tacho eigentlich die Handbremse? Ist das normal? Ah, was heißt denn das hier? Dieses Ausrufezeichen? Heißt das irgendwie Störung oder sowas? Aber der läuft doch, der Wagen. So. Wow. Wapp, 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 wapp. Super. Äh, wo möchte ich das hin haben? Willst du auf Nummer sicher gehen? Sorry, ich bin gerade eben in Eile. Jawohl. Bestätigen. Und? Ausgezeichnet, sagt er. Super. Erfahrungspunkte habe ich auch bekommen. Ja, ich bin noch absoluter Neuling, wie man sieht. Aber das ist gut so. Jetzt habe ich immerhin, äh, ein bisschen Geld bekommen. Fähigkeiten. Aha. Fernfachten. Hochwertige Fracht. Äh. Achso, ich habe einen Fähigkeitspunkt und den darf ich jetzt irgendwie einsetzen oder wie? Ja gut. Was nehme ich denn? Hm. Just in time. Zerbrechliche Fracht. Wisst ihr was? Ich nehme, äh, hochwertige Fracht, äh, 5% höhere Vergütung. Äh, Fernfaden auch höhere Vergütung, äh, ja, nehme ich das. Hochwertige Fracht, das kommt mir gut. Ja, Leute, super. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir doch einen Cut. Fürs erste Video reicht das vollkommen. Das war mein allererstes, äh, Eurotruck, äh, Simulator, äh, ja, Eurotruck Simulator 2 2018 Let's Play. Jetzt haben wir es. Haha. Ein komplizierter Titel für mich, aber ich habe es geschafft. Irgendwie. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren und Glöckchen drücken. Nicht vergessen, denn dann werdet ihr mal schön benachrichtigt, sobald ich was neues euch hochgeladen habe, ja. Okay, super. Sag ich Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, bis bald. Bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt doch bitte die Achsel waschen, ja. Gut, danke. Bis bald. Tschö. Und, ähm, ja, ich würde sagen, Papa. Haha.